Hallo, liebe Deutschlernende! Heute sprechen wir darüber, wie man sich schnelles Lesen antrainiert. Oft ist nämlich das Gehirn effizienter als die Augen. Wir können oft schneller lesen, wenn wir schneller mit dem Auge über die Seite geleiten. Ich habe einen Kurs darüber belegt, ja, einen Schnelllesekurs und dort habe ich viele Tipps gelernt, wie man sich antrainieren kann, schneller zu lesen und diese Tipps möchte ich gerne mit dir teilen. Also, das Gehirn ist, wie gesagt, sehr viel schneller als die durchschnittliche Lesegeschwindigkeit und deswegen liest man manchmal etwas und versteht nicht alles. Und das klingt sehr paradox, ja? Wenn das Gehirn schneller ist, warum soll man denn nicht alles verstehen? Nun, das liegt daran, dass Gehirnkapazität frei ist, dann denken wir über etwas ganz anderes, ja? Wir können lesen und währenddessen gehen ganz viele Gedanken durch unseren Kopf, weil so viel Gehirnkapazität frei ist. Wenn wir aber schneller lesen würden, dann könnten wir konzentrierter lesen. Ja, wir wollen ja nicht nur schnell lesen, wir wollen auch das verstehen, was wir lesen, ja? Und das kann man trainieren, ja? Man kann sich trainieren, mit nur einem Blick ein Wort zu erfassen oder gleich mehrere kurze Wörter zu erfassen. Oder bei manchen deutschen Wörtern braucht man natürlich mehrere Blicke, ja? Aber der Punkt ist, dass wenn wir schauen, ja, wenn ich schaue, ja, dann sehe ich, also ich sehe, ich schaue in die Kamera, ja? Ich schaue in die Kamera und dabei sehe ich noch sehr viel im Blickwinkel, ja? Also ich sehe hier noch meine Hand, ja? Hier sehe ich immer noch meine Hand, ja? Und dasselbe Prinzip ist auch anwendbar beim Lesen, ja? Ich schaue auf das Blatt Papier und ich schaue direkt auf das Wort und dann sehe ich mit einem Blick das Wort und wenn das Wort kurz ist, eventuell noch Wörter links und rechts, ja? Aber ich sehe mit einem Blick das ganze Wort, ja? Wenn wir anfangen, lesen zu lernen in der Grundschule, dann schauen wir auf einen Buchstaben, ja? Wir schauen den ersten Buchstaben an, den zweiten, den dritten und so weiter. Aber je mehr wir lesen lernen, je mehr wir diese Fähigkeit verbessern, desto mehr erfassen wir mit einem Blick, ja? Und das kann man auch trainieren, ja? Man kann auch trainieren, ja? Zum Beispiel, hier ist ein Blatt Papier, ja? Ich schaue weg, ich schaue kurz hin, schaue weg. Okay, wie viel habe ich gesehen, ja? Zum Beispiel, ja? Chunking nennt man das, ja? Chunking, das heißt, einen ganzen Schank, ja? Also einen ganzen Batzen erfasse ich mit einem Blick, ja? Einen ganzen Batzen, ja? Einen ganzen Teil, ja? Erfasse ich mit einem Blick. Und wie trainiert man das, ne? Also einmal, so viele Tipps habe ich nicht, wie man das Chunking trainieren kann. Dazu gibt es Großbücher und die sind eventuell teuer. Aber was du machen kannst, ist, dir ein Blatt Papier zu nehmen, ja? Du hast einen Text vor dir, okay? Und dann nimmst du ein Blatt Papier, ja? Und dann lässt du dieses Blatt Papier über die Seite gleiten, ja? Am besten zwei Blätter Papiere, sodass nur eine Zeile sichtbar ist, ja? Und dann lässt du es über die Seite gleiten, ja? Möglichst gleichmäßig, ja? Du lässt das Papier gleichmäßig über die Seite gleiten, sodass du immer nur eine Zeile liest und dann zwingst du dich mit derselben Geschwindigkeit, ja? Immer mit dieser Kopfbewegung oder mit der Augenbewegung, ja? Immer so, zwing dich einfach mal, das zu machen, ja? Immer nur eine Zeile, ja? Verdecke alle anderen Zeilen mit Blättern und dann zwinge ich dazu, einfach so die Zeile zu lesen. Und wenn du denkst, ah, ich verstehe nicht alles, kein Problem, dann verstehst du erstmal nichts, ja? Und geh ungefähr mit dieser Geschwindigkeit runter, ja? Sei erbarmungslos, ja? Geh einfach runter, ja? Und hier ist die Zeile, ja? Du schaust hier diese Zeile an und sei erbarmungslos mit dem Blatt Papier, egal, ob du alles verstehst oder nicht. Es ist einfach Übung, ja? Es ist einfach Übung, ja? Man lässt sein Auge über die Seite gleiten und wenn du das eine Weile machst, dann kriegst du mit, dass du mehr und mehr verstehst, ja? Du verstehst mehr und mehr von dem, was du liest. und so kannst du einen Text sehr, sehr schnell lesen. Ich hoffe, dies hat dir geholfen. Sag Bescheid, falls du irgendwelche Kommentare hast und wir sehen uns morgen. Tschüss! 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 Tschüss!